limbo limbo du betrittst nein andersrum betrittst du zu viele träume nacheinander werden sie instabil nach drei verschiedenen träumen hintereinander wirst du in limbo gesperrt hörst du wie deine realität durch die winde des limbo das limbo zu einer wehren klanglandschaft geformt wird du bleibst für drei minuten 40 sekunden in diesem traum gefangen ja wir gehen freiwillig rein let's go so 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 Das war's für heute. Sollte Das war's für heute. okay wir haben schon vier jetzt habe ich noch vier da den rest bringe ich leider habe nicht freigespielt zum beispiel africa dream ich will es noch mal zeigen das sieht man ja überhaupt nicht dazu muss ich nämlich in afrika sein und ich komme wahrscheinlich niemals nach afrika nicht freiwillig nicht böse gemeint ist okay nächster traum reward dream dieser traum wird erst zugänglich wenn du lange träumst sobald du eine volle traumstunde induziert hast wird der rüber im induziert bisher hast du einen 30 minuten und neun sekunden geträumt ich denke eine stunde ich habe ihn aber frei ich weiß nicht in lauter umgebung löst die geräusche deiner traumwelt weite akustische texturen aus und bringen die welt rund um dich in sanften flattern ein himmlischer chor aus streicher und piano spielt in zeitlupe harmonien aus dem time thema des in septicons soundworks dieser traum fühlt sich lange an wenn du ihn träumst aber in wirklichkeit dauert er nur kurz ja okay werden wir hineingehen in den traum hallo 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 wird mich hier heute I will die. Das ist ein Vorwurf zu nennen. Keine Waffe. Keine Waffe. Keine Waffe. Keine Waffe. Keine Waffe. Keine Waffe. So, auf zum nächsten Traum.